Gibt es einen höheren Abschlag von 10,8% bei einer Rente wegen Erwerbsminderung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Nein, definitiv nicht. Es gibt nach dem geltenden Gesetz, § 77 SGB VI, grundsätzlich keinen höheren Abschlag bei einer Erwerbsminderungsrente oder bei einer hinterbliebenen Rente als 10,8% bei einer Erwerbsminderungsrente. Es kann sogar in bestimmten Fallkonstellationen so sein, dass der Abschlag von 10,8% dann sogar noch geringer ausfällt oder sogar gegen 0 tendiert. Aber das ist dann letzten Endes je nach Falllage und je nach Lebensalter des Versicherten, bei dem dann, wo dann die Rente beginnt, extra zu berechnen und zu prüfen. Aber im Grundsatz kann man sagen, 10,8% Abschlag ist das Maximum, was es bei einer Erwerbsminderungsrente geben kann. So ist die aktuelle Rechtslage im Jahr 2023. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.